Herzlich Willkommen in einer neuen Folge Top oder Schrott, ein Format, in dem ihr mir Dinge zugeschickt habt bei Instagram aus dem Bereich der Frauengesundheit, Gadgets, Websites etc. Und ich soll die einmal so ein bisschen wissenschaftlich neutral beleuchten. Ist da was dran? Kann das was? Oder ist das nichts für die Frau? Und ein Format, was wirklich äußerst beliebt ist, nicht nur bei euch, sondern auch bei mir, weil es ist unglaublich, was ihr mir teilweise für Dinge schickt. Zuletzt eine Vaginaldusche. Und die Vaginaldusche habe ich auch mal wissenschaftlich beleuchtet. Könnt ihr euch hier einmal angucken, das Video. Und heute bin ich auf ein Unternehmen bzw. eine Website aufmerksam gemacht worden, die sich rund um das Thema Frauengesundheit kümmern möchte. Diese Website habe ich jetzt exemplarisch ausgewählt, weil sie mir sehr oft genannt wurde. Es gibt natürlich unglaublich viele solcher Websites, wo es Speicheltests gibt für Hormone, Mikronährstoffe, irgendwelche Darmtests, Vaginalgesundheitstests etc. pp. Und nur weil ich jetzt diese Website ausgesucht habe unter das Unternehmen, gilt das im übertragenen Sinne auch für viele andere. Und ich bin der Letzte, der hier irgendein Unternehmen irgendwie schlecht machen will, auf Teufel komm raus, sondern ich versuche das einfach mal ein bisschen neutral zu bewerten. Und wo manche Schwierigkeiten sind, wo auch manche Vorteile liegen oder wo auch das gesellschaftliche Problem einfach liegt. Denn, ich habe es gerade erwähnt, solche Websites, die gibt es wie Sand am Meer momentan, sprießen wie Pilze aus dem Boden. Warum ist das so? Es scheint ja ein Markt da zu sein. Die Frauen möchten sich um sich selbst kümmern. Und das ist ein absolut nachvollziehbares Argument, weil viele GynäkologInnen entweder nicht die Zeit finden, sich um die Frau zu kümmern, nicht das Budget haben, sich um die Frau zu kümmern oder nicht das Know-how haben. Und das Ganze kann man eigentlich zusammenfassen unter einem ganz großen gesundheitspolitischen Problem. Und das habe auch ich, denn ich unterliege ja auch quasi den Budgetierungen, die mir so eine kassenärztliche Vereinigung auferlegt oder auch die Krankenkassen auferlegen. Ich habe pro Patientin nur ein gewisses Budget. Das liegt zwischen 80 Cent bei meinem Urologen zum Beispiel und ein paar Euro, welche ich pro Patient aufbringen darf. Wenn ich das Budget überschreite, kriege ich Regress oder auch Rückzahlungsforderungen. Zuletzt habe ich auf meinem Instagram-Kanal mal gezeigt, wie so eine Rückzahlung aussieht. Das war jetzt ein vierstelliger Betrag bei mir, den musste ich einfach jetzt zurückzahlen, weil ich hier über das Budget geschlagen bin. Ich habe also zu gute Medizin gemacht, ich habe zu viel mit der Frau gearbeitet und durfte jetzt eine Rückzahlung leisten. Das heißt, wenn eure Gynäkologin da sitzt, ihr möchtet Hormone bestimmen oder ihr sagt, irgendwas stimmt mit mir nicht, ich möchte mich einmal auf links krempeln lassen und die sagt, ja, das kann ich aber nicht machen, dann ist das gar keine böse Absicht. Das unterstelle ich jetzt mal. Oder auch nicht unbedingt das fehlende Know-how, weil hier könnte sie ja sagen, okay, wenn es hormonell irgendwie Probleme geben könnte, dann überweise ich doch einfach an eine endokrinologische Praxis zum Beispiel und die kümmern sich. Aber diese Überweisung, die kostet ja auch wieder Geld, die geht ja auch wieder aufs Budget und hier sind wir echt manchmal gefesselt und geknebelt und möchten vielleicht den Frauen helfen und können es nicht. Und hier ist also der Grundstein des ganzen Problems und so geht es mir ja auch sehr oft, dass ich einfach sehr viel Medizin machen möchte, die auch sinnvoll ist, aber ich eben im schlimmsten Falle zurückzahlen muss. Und deswegen gibt es solche Websites wie diese Website, nennt sich Femna Health und auf Femna Health bin ich durch eine größere Influencerin aufmerksam geworden. Nicht sie selbst, sondern meine Followerinnen, die mir einen Screenshot geschickt haben und ich habe dann diese Influencerin, die ich hier namentlich unkenntlich gemacht habe, gefragt. Pass mal auf hier, das könnte ein bisschen nach hinten losgehen und sie hat mir auch geschrieben und dann haben wir ein bisschen diskutiert hin und her und ich habe mein Problem ein bisschen offengelegt. Ich möchte jetzt mal mit euch exemplarisch zwei Dinge vielleicht besprechen, die jetzt hier auf dieser Website zugänglich sind für euch, für nicht so wenig Geld. Und ja, grundsätzlich mal beleuchten, wo hier ja gute Dinge sind und schlechte Dinge sind. Wir gehen jetzt einfach mal ganz unverfangen auf diese Website drauf und kommen hier auf die Startseite. Ich habe mich natürlich schon mal vorher ein bisschen umgeguckt und würde mit euch gerne mal hier rechts im Bild so Tests durchgehen. Hier gibt es nämlich diverse Hormontests, Darmflora-Tests, Stresstests plus, Schilddrüsen-Tests, Vitamin D etc. Hier gibt es natürlich auch noch Mikronährstoffe, wenn man hier weiter guckt. Aber die Mikronährstoffe lasse ich heute mal außen vor. Das ist ein ganz eigenes Thema, Mikronährstoffe. Apropos Sand am Meer, also da gibt es ja Heilmittel für alles. Also mit Mikronährstoffen, wenn man das so manchmal auf bare Münzen nimmt, könnte man ja theoretisch alles in den Griff bekommen. Jetzt wollen wir uns aber erstmal hier auf die Tests konzentrieren und ich denke mir, ich werde mal einfach den Bestseller hier unter die Lupe nehmen. Das ist der Hormontest plus. Und wenn man den anklickt, dann kommt man hier erstmal auf die Unterseite, wo ihm einiges erklärt wird, was da überhaupt drin ist, was da gemacht wird. Und das erste große Problem, was ich jetzt habe, schon mit dieser ersten Seite, ohne dass ich näher jetzt mal ins Detail gegangen bin, was ich für viele Betroffene einfach einen Schlag ins Gesicht finde, das hier steht geeignet für Frauen mit. So, und jetzt haben wir hier eine ganze Palette an Dingen, die dieser Hormontest anscheinend abdecken kann. Das sind Zyklusstörungen und Periodenprobleme, das ist Akne, Haarausfall, PCOS, Endometriose, Kinderwunsch, PMS und weitere hormonelle Beschwerden. Also das ist jetzt ein Hormontest, so wird er jetzt jedenfalls hier beworben, der für alles da ist. Und das ist auch ein Schlag ins Gesicht für alle, die endokrinologisch ein bisschen was drauf haben. Denn wenn es so einfach wäre, dass man, und jetzt kommt es, ich sehe es hier natürlich schon im kleinen Bild, mit vier Hormonen alle Probleme der Frau lösen könnte, das wäre sehr, sehr simpel. Und dann hätten viele Frauen auch gar nicht so lange und so schwere Probleme, denn so einfach ist es einfach nicht. Und gerade für Endometriose Betroffene finde ich es wirklich einen Schlag ins Gesicht, Denn wie soll ich mit Östradiol oder Progesteron eine Endometriose manifestieren bzw. diagnostizieren? Es wird ja in den Studien hin und her gewälzt diskutiert, ob ein Progesteron, ob ein hoher Progesteronspiegel förderlich ist für eine Endometriose. Es wird darum diskutiert, ob der Östradiolspiegel alleine eventuell ursächlich ist für das Auftreten einer Endometriose, Östradioldominanz etc. Hier gibt es aber überhaupt noch keine klare Datenlage zu, das mal vorweggenommen. Und es ist natürlich obsolet zu sagen, ich mache hier den Test und kriege da einen Anruf von einer Beraterin, da kommen wir gleich noch zu und die sagt mir, ja, das könnte ja auch Endometriose sein. Das finde ich schon mal schwierig. Also allein hier tausend Sachen aufzulisten und ich werde gleich nochmal auf das PCO zum Beispiel eingehen. Denn es ist ja wirklich für mich Hanebüchen, wenn man ein PCOS mit diesen vier Hormonen manifestieren möchte. Da gehört, ich kann ja gleich mal auflisten, was zu einer Basisdiagnostik und zwei Sachen fehlen einfach. Die wichtigsten, was zu so einer Basisdiagnostik beim PCOS gehört, an Hormonen allein. Nein, unabhängig davon, dass hier auch wichtig ist, die Patientin zu sehen. Hat die Hirsutismus, hat die Alopezie, hat die Übergewicht, hat die einen Prädiabetes, hat die eine Insulinresistenz? Wie sehen die Eierstöcke aus? Wie sieht die Schleimhaut der Gebärmutter aus im Ultraschall? Schwierig, schwierig, schwierig. Na gut, wir scrollen mal weiter runter und dann kann man hier natürlich noch eine Beraterin bzw. doch eine Beraterin hinzuziehen und dann will man noch einen Darmtest hier verkaufen. Alles gut, alle dürfen Geld verdienen, das ist absolut legitim. Die Beraterinnen, habe ich mal irgendwo runtergescrollt, sind allesamt Heilpraktikerinnen. Das ist jetzt völlig wertfrei bei allem Respekt zur Ausbildung, zum Heilpraktiker, zur Heilpraktikerin. Hier kann man auch natürlich Fortbildungen machen, auch im frauengesundheitlichen Bereich und auch im Hormonbereich. Die Ausbildung ist für mich natürlich nicht gleichzusetzen mit einer endokrinologischen Ausbildung in der gynäkologischen Endokrinologie. Wir müssen bedenken, ja, wir studieren sechs Jahre und natürlich sind diese sechs Jahre voll mit Wissen, aber es ist eben auch ganz wichtig, wie so ein Hormonrezeptorkomplex dann weiter funktioniert auf einfach der Intrazellulären Ebene. Wie funktioniert das jetzt eigentlich? Was passiert da auch an der DNA? Welche Kodierungen passieren da, um überhaupt so einen Wirkmechanismus zu verstehen? Also dafür ist so ein Studium natürlich essentiell wichtig, die ganze Physiologie und Pathophysiologie und Biochemie. Dann kommt ja eine Facharztausbildung von, beim Gynäkologen sind es halt fünf Jahre. Und dann gibt es noch eine Weiterbildung zur Endokrinologie, die auch nochmal extrem lange dauert und extrem viel Awareness und Erfahrung braucht, um überhaupt diese Weiterbildung im Facharztbereich zu erwerben. Wir haben ungefähr zehn Jahre Ausbildung, um dann wirklich uns Endokrinologen zu schimpfen. Und im Gegensatz dazu steht eben so eine Heilpraktikerausbildung und entsprechende Fortbildung von so und so vielen Stunden. Ob man das jetzt gegeneinander aufwiegen kann, weiß ich nicht. Klar ist, es gibt viele Ärztinnen und Ärzte, die ja vielleicht nicht ganz ganzheitlich denken. Es gibt aber auch genug, die sehr ganzheitlich an so eine Problematike rangehen. Also das sind auf jeden Fall die Beraterinnen. Du kriegst dann einen Anruf, so habe ich es verstanden, oder Videocall mit einer Heilpraktikerin. So, jetzt haben wir schon die Hormone ein bisschen angesprochen. Hier unten sieht man sie auch nochmal stehen. Es wird also bestimmt DHEA. Das ist ein Sexualhormon, ein Sexualsteroid, was eine Vorstufe ist der Androsteroide. Und dann gibt es Testosteron als männliches Sexualhormon, Östradiolprogesteron. Das sind die vier Hormone, die in diesem Speicheltest bestimmt werden. Vielleicht nochmal einen kleinen Hint zum Speicheltest. Fragen mich auch viele, ist das sinnvoll, nicht sinnvoll. Ein Speicheltest kann sinnvoll sein. Es ist eben das, es wird dort die Hormonkonzentration gemessen, die frei ist. Der Speichel ist wie ein Ultrafiltrat unseres Blutes. Stellt dir die Niere vor, die filtert ja auch ganz viel raus. Und die Speicheldrüse funktioniert ganz ähnlich. Also freie Hormone, die aktiven Hormone, werden im Speicheltest nachgewiesen. Da habe ich jetzt aber nicht die Drüsenleistung mit abgebildet. Jedenfalls nicht direkt. Wenn ich jetzt die Hormone im Blut, im Serum bestimme, dann habe ich die Gesamtheit der ganzen Hormone bestimmt. Also auch die Drüsenleistung an sich. Will ich wissen, wie funktioniert die Nebenniere? Übrigens ganz wichtig, wenn man ein PCOS ausschließen möchte oder auch ein ausbleibender Periode, wenn man die Zyklusprobleme nimmt. Dann will ich wissen, wie funktioniert die ganze Nebenniere? Ist das okay? Da möchte ich nicht nur die freien Hormone wissen. Also es gibt für jeden Einsatzbereich so Vorteile der Serumbestimmung oder auch der Salivabestimmung. Die nennt sich eben die Speichelbestimmung. Also grundsätzlich jetzt nicht verkehrt. Kann man machen und ist natürlich für zu Hause ganz easy. Man spuckt dann so ein Röhrchen, schickt das ein. Funktioniert alles. Das ist nicht das Thema. Wenn es gute Labore sind, das unterstelle ich jetzt hier mal. Ich habe jetzt aber ein großes Problem und das sind diese vier Hormone, die hier nur bestimmt werden. Ich blende euch hier mal ein, wie eine Basisdiagnostik, wie ich eine Basisdiagnostik mache in der Praxis, wenn es um das PCOS geht. Und essentiell wichtig ist dabei LH und FSH. Denn der LH-FSH-Quotient, der gibt ja an, ob ich einen LH-Exzess habe und das haben viele PCO-Patientinnen. Und hier liegt ja auch die grundsätzliche Problematik. LH und FSH sind hier überhaupt nicht abgebildet und dementsprechend kann ich ja auch überhaupt keine Aussage machen zum PCOS, wenn wir das nochmal als Beispiel nehmen. Was mir total fehlt, ist das SHBG, Sexualhormonbindende Globulin, essentiell wichtig bei der Bestimmung auch vom PCOS-Syndrom. Prolaktin wäre so ein Hormon, gerade bei Zyklusstörungen gehört Prolaktin dazu, Schilddrüsenwerte, TSH, FT3, FT4 gehören dazu. Wir haben noch nicht mal über das 25-Hydroxyprogesteron gesprochen, was ja auch beim Ausbleiben der Regelblutung essentiell wichtig ist und zu gucken, ob es da einen Enzymdefekt gibt. Summa summarum wäre natürlich so ein Speicheltest nicht bezahlbar, wenn man die Hormone alle abdeckt, die man eigentlich abdecken müsste, um eine valide Aussage zu machen. Entsprechend versucht man natürlich so eine kleine abgespeckte Version zu erstellen, die sich aber Frau auf der anderen Seite des Bildschirms leisten kann. Aber hieraus kann ich keine valide Aussage machen und das ist mein großes Problem. Und jetzt kommt das nächste Problem, was ich habe. Ich blende euch dafür mal den Progesteronverlauf der ersten 24 Stunden nach dem Eisprung auf. Das sind nur die 24 Stunden, der erste Tag nach dem Eisprung sozusagen. Und ihr seht ganz klar, dass stundenabhängig, von der Tageszeit abhängig, der Progesteronwert extrem hoch sein kann für die Verhältnisse oder extrem niedrig. Es kann also nicht sein, dass man mit einem Speicheltest, selbst wenn es zwei Röhrchen sind, selbst wenn es drei Röhrchen sind, kann man keine Aussage machen zum Progesterongehalt. Man braucht also, um Progesteronverlauf zu bestimmen, braucht man eigentlich täglich mehrfache Bestimmungen über Tage hinweg und dann könnte ich eine verlässliche Aussage machen. Wie geht das viel, viel leichter? Ihr bestimmt einfach zu Hause eure Temperatur, eure Kerntemperatur. Morgens, frühs, kann man mit einem Thermometer messen, kostet 12, 13 Euro. Und dann habt ihr euren Progesteronverlauf. Oder aber, was auch geht, gibt es ja auch mittlerweile, Minilabore mit Speicheltests, wo man Progesteron einfach jeden Tag bestimmt. Und hier kriege ich dann von diesem gezackten Verlauf natürlich so eine leichte Standardkurve raus und kann dann sagen, mein Progesteron ist okay oder nicht. Von zwei, drei Bestimmungen kriege ich das nicht raus. Wenn ich Pech habe, bin ich im Tal und mich ruft ein Heilpraktiker an und sagt, wir haben einen Progesteronmangel oder eine Östradiol-Dominanz. Und dann geht es los mit der Therapie. Muss aber gar nicht so sein. Und wenn man Glück hat, beziehungsweise auch kein Glück hat, ist man gerade in einem Peak und ich bestimme einen unglaublich schönen Progesteronwert, obwohl ich vielleicht eine Lutealinsuffizienz habe. Den sehe ich aber nicht in dem Speicheltest, den 1,2, die man da macht. Das ist das erste große Problem, was ich so bei Hormonbestimmungen, die einmal, zweimal im Zyklus passieren, habe. Dann gibt es noch ein Problem, was ich habe mit dem DHEA. Man muss wissen, DHEA, wir haben es ja eben schon oder ich habe es kurz angesprochen, ist quasi eine Vorstufe der Androgene. Das ist einfach ein Syntheseprodukt der Androgene und das sind die männlichen Sexualhormone, wenn man so möchte. Aber auch eine Vorstufe des Cortisols, das kennen wir alle als Stresshormon. DHEA kommt auch in einer sulfatierten Form vor, das DHEAS. Und ihr werdet, wenn ihr in einer seriösen Labordiagnostik landet, immer nur das DHEAS bestimmt bekommen, weil es einfach die viel stabilere Version über den Tag verteilt, sodass man hier auch mehrfache tägliche und über mehrere Tage fortlaufende Bestimmungen bräuchte, um hier überhaupt den Verlauf zu sehen. Und deswegen ist dieses DHEA schon mal obsolet, weil es müsste die sulfatierte Form bestimmt werden und eben diese einmal bis zweimal Abnahme bringt euch unterm Strich überhaupt nichts. Unterm Strich, was sagen mir jetzt das Östradiol und das Progesteron? Also alleine sagen mir diese Hormone schon mal auch gar nichts. Die sagen mir nur quasi, ob ich das im Speichel nachgewiesen habe oder nicht. Wichtiger ist das Verhältnis zueinander, Östradiol zu Progesteron und hier können, und das ist jetzt auch noch ein Problem, völlig normale Werte auftreten. Also du kannst völlig normale Östradiol-Werte haben, völlig normale Progesteron-Werte und trotzdem hast du eine Östradiol-Dominanz zum Beispiel. Das gibt es und das ist natürlich ganz essentiell davon abhängig, was erzählt mir eine Patientin persönlich, was für Probleme hat sie. Hat sie einen Brustspann, hat sie Gemütsschwankungen, hat sie Wassereinlagerungen, hat sie Haarausfälle, Durchfälle, hat sie wirklich so eine PMS, also Prämenstruelles Symptomatik. Und dann kann ich natürlich oder könnte ich Hormone bestimmen, würde mich aber selbst auch in der Praxis nicht wirklich sehr, sehr, sehr viel weiterbringen. Also muss ich hier definitiv auch noch mit dem Ultraschall schauen. Nicht nur mit dem vaginalen Ultraschall, man kann zum Beispiel auch nach der Brustdrüse gucken, ob es hier, wenn ein Brustspann ist, irgendwie vermehrte Wassereinlagerungen gibt. Aber klar, bei einer PCO-Diagnostik, wenn wir die mal nehmen, bei einer Endometriose-Diagnostik, bei Zyklusstörungen, all das, was jetzt oben hier auf der FEMNA-Website stand, ist ja eins essentiell wichtig und das ist die körperliche Untersuchung der Frau. Wenn ich Zyklusstörungen habe, nehmen wir mal an, Zwischenblutung. Ich habe immer wieder Zwischenblutung als Frau und stürze mich jetzt total hier auf die Hormone und es wird ja irgendwas rauskommen. Ich habe, wir können gerne mal oder wenn ihr Erfahrung habt, schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ihr mal hier einen Test gemacht habt und ob ihr angerufen wurdet und gesagt wurde, es ist alles in bester Ordnung. Das passiert ja nicht, weil ihr ruft ja da an bzw. macht die Tests, weil irgendwas ja mit euch nicht stimmt und das Bauchgefühl der Frau zählt und wenn die sagt, ich habe das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht, dann kann man eigentlich auch schon sagen, dass da irgendwas nicht stimmen wird und hier muss man natürlich ganzheitlich ran, das stimmt. Aber ihr werdet ja mit jedem Anruf, den ihr davon erhaltet, irgendeine Aussage, irgendeine Diagnose erhalten und irgendeine Therapieform. Das finde ich halt schwierig, denn ich muss ja mehrfach mit der Frau arbeiten, ich muss sie ja über einen längeren Zeitraum sehen und ich muss sie ja wirklich auch untersuchen, denn nehmen wir mal wieder die Zwischenblutung, nachher hat sie ein Polyp in der Gebärmutter, ein Myom oder es sieht aus wie eine Adenomyose, deswegen hat sie ständig so starke Blutungen und sie denkt, ja das sind Zyklusstörungen, Periodenstörungen, wie es oben stand und ich mache mal einen Hormontest. Und ups, da kommt ja raus, ich habe einen Proxeronmangel und jetzt geht es los mit einer Kur Mikronährstoffe, Darmtest, ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich finde es ganz schwierig, muss ich ehrlich sagen, weil hier geht es um die Gesundheit einer Frau, hier geht es vielleicht um eine schwerwiegende Erkrankung, wenn wir zum Beispiel ein PCO oder eine Endometriose nehmen, beide die einhergehen mit einem erhöhten Krebsrisiko und einem relativen. Das kann man nicht einfach mal so pauschal hier aus der Ferne mit einem Speicheltest diagnostizieren. Dafür braucht es uns einfach und klar, sind wir ein Stück weit gehandicapt, aber da muss man halt gucken, dass man eventuell sich weiter Hilfe holt. Wenn die Gynäkologe nicht helfen kann oder möchte, dann muss man da sitzen und sagen, okay, verstehe ich oder auch nicht, wer kann mir helfen? Dann schickt man die Dame in ein Endometriosezentrum oder machst selber einen Termin beim Endometriosezentrum, wenn du den Verdacht hast. Wenn es um das PCO geht, dann muss man halt gucken, wo ist eine endokrinologische Praxis, können die mir besser helfen oder klar, es ist schwierig jetzt Zweitmeinungen einzuholen beziehungsweise neue Praxis zu suchen, gerade auf dem Land. Das ist alles ein riesengesundheitspolitisches Problem, da sind wir uns alle einig. Dafür können die meisten Gyns nicht, dafür kann Femna nichts, dafür könnt ihr am allerwenigsten. Aber ich finde es ganz, ganz, ganz schwierig, muss ich ehrlich sagen, mit diesen Heimtests selbst auf Diagnosefindung zu gehen, weil es ist nicht so trivial, wie es hier den Anschein hat, dass man mit vier Hormönchen da einfach mal eine grundlegende Diagnostik fährt. Und ganz im Gegenteil, ich glaube, hier kann mehr Falschdiagnostik laufen, als dass es in die richtige Richtung geht. Meine persönliche Meinung, beziehungsweise auch wissenschaftlich hinterlegt, mit den Progesteron und DARS und Testosteron übrigens auch Verläufen, kann man keine valide Diagnostik machen, gerade wenn es um ein PCO-Syndrom geht. Und gerade wenn es um eine Endometriose geht, um Gottes Willen, das kriege ich nicht mit vier Hormönchen raus, das ist einfach so. Da muss einfach eine valide Anamnese laufen, eine gute Untersuchung, es muss ein Ultraschall laufen, es muss vaginal untersucht werden, es muss ein Fragebogen etabliert werden. Und dann kann man irgendwann Verdacht hegen, dass da Endometriose sein könnte. Nur mal so zum Beispiel. Alles klar, das war eine neue Folge Top oder Schrott. Ihr dürft jetzt selbst beurteilen, ob das für euch Top ist oder Schrott. Ich würde es tatsächlich meinerseits als Gynäkologe nicht empfehlen, sowas zu machen, jedenfalls nicht alleinig. In diesem Sinne, wenn ihr noch andere Gadgets, Unternehmen etc. habt, die ich ein bisschen beleuchten soll, neutral, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen helfen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß bis dahin. Tschüssi.